Herzlich Willkommen liebe Bierfreunde, kurz zu meiner Person, ich bin Sigi Boch, der Gastwirt der Odenwaldstube und habe das Vergnügen euch heute ein Bier vorstellen zu dürfen in der Dichtelhäuser Brauerei, ein Metzen passend zu unserem Odenwald. Metzen, der Name kam daher, dass man früher die Biere nur bis März brauen konnte, man keine Kühlungen hatte und die untergärige Hefe unter 10 Grad haben musste. Die Biere wurden stärker eingebraut, dass man sie haltbar machte und konnte sie im Sommer und im Spätjahr noch trinken. Wir haben hier eine goldgelbe Farbe und ein feinporiger Schaum. Wie alle Dichtelhäuser Biere werden die im Slow-Browing-Verfahren hergestellt mit einer Reifezeit von mindestens 42 Tagen. Wir haben hier ein wunderbares Malzaroma, ganz wenig Hopfen. Ein ganz kerniges, wildes Bier, passt wunderbar zum kräftigen Essen, guten Fischbar, sehr zum Wohl. Bis zum nächsten Mal.